Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist heute Dienstag, der 27. Juli 2020 und ja, ich sag euch, bei mir hier im Garnisch-Grad gefühlte 6 Milliarden Grad heiß, aber man muss sagen, so anno für sich war es ein relativ kalter Sommer. Also es war jetzt nicht so, dass man wie beim letzten Jahr das Mundgefühl bei jedem Mittag geächzt hat, sondern es war wirklich eigentlich angenehm. Also ich mochte den Sommer bis jetzt. Also mal abgesehen vom Licht. Also ich mochte die Temperatur. Nur nachts, da ist bei uns in der Wohnung total dämpfig. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Tagsüber ist es voll okay und man schwitzt echt so gut wie gar nicht. Und dann nachts, wenn man eigentlich nicht wird, wir lüften und das ist ja ein bisschen. Wir lüften wie verrückt und wir haben unser Querlüftding. Und trotzdem ist es nachts eigentlich immer okay, wie wärmer. Ich habe gerade eine Idee. Ich könnte ja trotzdem mal einmal den Ventilator anschmeißen ab jetzt. Entschuldigt, das ist mein Knie. Wenn ihr möchtet, kann ich da voll den Smiley drauf machen. Ich tue es bloß immer da. Heute ist das erste Video nach meinem Geburtstag und ich bin noch total über dem Schlaf, muss ich zugeben. Also bei mir Status sind Update. Ich könnte gerade in die Ecke liegen und irgendwo wegpennen, weil ich habe an meinem Geburtstag, bis zu meinem Geburtstag habe ich schlecht geschlafen. Dann danach am 25. war ich verabredet, am 26. und heute am 27. ebenfalls. Und deswegen konnte ich keine Schlaftablette nehmen. Jetzt werde ich das dann morgen machen, also heute Abend machen. Und dann schlafe ich den morgigen Tag durch. Da bringt mich keine 10 Pferde dazu, auch nur im Ansatz aufzustecken. Morgen wird mein Schlaftag. Ja gut, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ich habe heute mal wieder ein paar Themen mitgebracht. Oder bist du gesagt, ja, sind... Also da ich ja heute zwei Videos drehe, sind zwei Themen, aber ich habe jetzt für das erste Video nur ein Thema. Und zwar dachte ich, ich erzähle euch mal so ein bisschen was zum Thema... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt oberflächlich nennen soll, aber ich habe was Interessantes bemerkt. Also für mich zumindest. Das ist meine persönliche Beobachtung. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das andere auch so wahrnehmen. Aber bei mir ist es so, dass ich das jetzt gerade extrem so wahrnehme. Also heute aber so, dass ich, dass meine Mutter mich angeplafft hat. Sie hat es nicht mal bemerkt erst und dann bin ich gegangen und dann hat sie anhand dessen, dass ich weggelaufen bin, hat sie es dann doch bemerkt, dass da was wohl war. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat sich zu mir gesetzt, ganz freundlich und hat mich dann, obwohl ich eigentlich gerade schlafen wollte, ich habe mich von Nicker hier hingelegt, hat sie mir erst mal ein Ohr wegquasseln wollen und wollte jetzt in dem Moment besprechen, was los ist. Und hat sie mir gesagt, es tut ihr leid, Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann ist mir klar geworden, Entschuldigung ist eigentlich eine interessante Sache. Also so an sich eine Entschuldigung, weil, das habe ich schon öfters beobachtet, viele Leute glauben, mit einer Entschuldigung ist der andere verpflichtet, die Entschuldigung anzunehmen. Aber, und das ist jetzt etwas, was ich jetzt, worauf ich aufmerksam machen möchte, man muss Entschuldigungen nicht annehmen. Man kann auch einfach sagen, nö, ich habe keine Nutsch, diese Entschuldigung anzunehmen und nö, ich bin jetzt einfach gerade knatschig, weil man muss eine Entschuldigung nicht annehmen. Und ich weiß, das klingt jetzt total komisch, wenn ich das, also ich bin 27 und sage euch, meine neueste Erkenntnis des Tages ist, man muss eine Entschuldigung nicht annehmen, wo viele Leute sagen werden, ja, das weiß ich schon, seitdem ich vier bin. Aber ich neige dazu, oft Dinge, die andere als offensichtlich betrachten, nicht zu erkennen, weil das so, vor allem im Bezug auf Zwischenmenschliches ist. Und ich dachte bisher immer, wenn man, wenn sich jemand entschuldigt, dann nimmst du die Entschuldigung an und dann kann, weil ich aber meistens trotzdem noch verschnieft. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hatte selten Tage, wo jemand gesagt hat, Entschuldigung und ich gedacht habe, boah, ja, total toll, ich bin jetzt voll, ist wieder alles voll in Ordnung. Sondern mir, ich habe oft einfach da gesagt, ist ja okay, aber in Wirklichkeit habe ich mir gedacht, du kannst mich mal kreuzweise. Aber diese Erkenntnis heute zu gewinnen, man kann auch einfach mal sagen, nö, ich will die Entschuldigung jetzt nicht annehmen, nö, ich habe jetzt auch keine Lust, die Themen zu besprechen. Das war für mich irgendwie so eine Sache, die, ja, es ist einfach interessant, es ist auch was Neues für mich. Es ist so, es gibt so viele Sachen, wo man sagt, ist ja offensichtlich, die man erst mit Jahren später entdeckt. Ich habe auch, oh, ich weiß, das ist jetzt für viele, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, total komisch. Und für die, die jetzt schon länger dabei sind, ich habe mich durchgesetzt, diese Woche schon zweimal. Ich habe tatsächlich es geschafft, diese Woche zweimal zu sagen, nö, ich will nicht mit jemandem durch die Hitze Fahrrad fahren gehen. Und ja, einfach, dass es, und dass dann nichts dabei passiert ist, das war auch nur nämlich eine neue Erkenntnis. Es ist manchmal komisch, also, ja, wie sage ich das? Also, Dinge, die für andere eine Selbstverständlichkeit sind, also, was im Zwischenmenschlichen in Ordnung geht und was nicht in Ordnung geht, was man macht und was man nicht macht, sind ja so Sachen, die ich lernen muss. Und wenn ich dann, ohne dass mir jemand dabei eine Hilfeleistung stellt und es fünfmal erklärt, etwas Neues lerne, bin ich immer total beeindruckt und begeistert. Natürlich, jetzt werden viele sagen, wenn man eine Entschuldigung nicht annimmt, das ist arschig. Aber ich hatte auch schon mal jemanden, der die Entschuldigung nicht angenommen hat. Und ich muss sagen, also, ein Teil von mir findet, dass dieses Entschuldigen auch ein bisschen egoistisch ist. Weil es ist ja dieses, ich entschuldige mich, damit ist der Ball ja wieder bei dir. Und wenn du dann weiterhin böse bist, dann bist du jetzt der Böse, nicht mehr ich. Klar, jetzt werden viele sagen, nee, nee, so ist das nicht. Aber das ist das, was ich als Aus, also für mich, was bei mir die Beobachtung ist. Also, ein Beispiel, jemand baut Mischt und isst dir das letzte Stück Kuchen weg. P.S. Papa hätte es nicht essen sollen. Ich wollte es eigentlich noch selbst stürmen und später vielleicht wegkommen mit. Aber okay. Wir müssen jetzt nicht auf alten Kamellen rumrechnen, nur weil ich an meinem fünften Geburtstag mein Vater das letzte Stück Kuchen weggegessen habe. Wie ich gesagt, man kann auch, wenn man die Entschuldigung angenommen hat, noch lange danach verschnieft sein. Und das ist so. Ja. Also es ist mir auch gerade eben wieder eingefallen, erst wieder. Aber wie gesagt, wenn man dann jemand zum Beispiel, dass du dein letztes Stück Kuchen weg isst und dann sagt Entschuldigung. Und du dann sagst, nee, ist nicht in Ordnung, dann bist du ja eigentlich, dann nimmt dich die meisten dann als den Fiesen wahr. Weil du hast ja die Entschuldigung nicht angenommen und der andere, der hat sich ja entschuldigt und somit seinen Fehler eingesehen. Das Ding ist, eine Entschuldigung ist so eine Sache, die eigentlich, es ist irgendwie für mich nur so eine Floskel. Man sagt, man merkt, ich habe mischt gebaut, sagt Entschuldigung. Ich sage es auch, aber ich, oft, wenn ich sage Entschuldigung, ist es eher so dieses automatisch einfach sagen. Ich denke dann gar nicht drüber nach. Und wenn ich dann im Nachhinein manchmal über manch eine Sache schon mal nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, nö, hat mir eigentlich gar nicht leid getan. Also das ist so dieses Ding. Man sagt dann Entschuldigung, man meint zwar vielleicht auch Entschuldigung, nicht immer, aber manchmal. Aber für mich ist das Schwierige daran, ist das Schwierige dabei, nämlich die Erkenntnis zu unterscheiden. Wenn du jemanden hast, der es wirkt, der sagt einfach nur Entschuldigung, weil er Entschuldigung sagt. Oder ob es jemand ist, der dann Entschuldigung sagt und auch daraus wirklich eine Lehre zieht und etwas für sich, für sich etwas Neues daraus macht. Also im Sinne von, dass er dann etwas besser macht. Und klar, das klingt jetzt wieder so nach einem wobeln, edlen, höheren Ziel. Man muss auch etwas Besseres daraus machen. Aber ich finde schon mal, ich finde es für mich, und das wäre auch wirklich etwas, was ich meinen Kindern beibringen würde. Ich finde es besser, sagt nicht Entschuldigung, wenn ihr es nicht wirklich meint. Weil wenn ihr nur sagt, Entschuldigung, des Wunsches der Vergebung, damit ihr euch dann wieder besser fühlt, nach ist es nicht viel besser. Weil dann ist der andere sozusagen in einer, also es war mir zumindest so, in einer Drucksituation, dass ich muss die Entschuldigung annehmen. Weil der andere hat sich ja jetzt entschuldigt und man nimmt ja Entschuldigungen an. Und ja, in gewisser Form ist es, wie gesagt, egoistisch. Weil man damit dem anderen die Chance nimmt oder die Gelegenheit, einfach auch mal böse sein zu dürfen. Ich meine, manchmal will man einfach nicht gleich jemanden vergeben, sondern man will einfach mal böse sein dürfen. Und wenn man vor allem gefühlt 10.000 Mal Entschuldigung hört, dafür, dass man das letzte Stück Kuchen weggefressen hat und es dann trotzdem wieder wegfrisst. Jetzt reden wir von meinen anderen fünf Geburtstagen, nach dem fünften Geburtstag. Dann bringt keine Entschuldigung dieser Welt etwas. Eine Entschuldigung für mich bringt nur etwas, wenn man danach den Willen hat, es besser zu machen. Und ja, deswegen werde ich mich jetzt auch nicht mehr entschuldigen, wenn ich es nicht mehr meine. Weil ich werde nicht mehr sagen, es tut mir leid, wenn ich jemandem die Wahrheit ins Gesicht sage und ihm damit die Gefühle verletze. Weil es ist nicht mein Problem, es ist dann sein Problem. Und wenn er die Wahrheit nicht verträgt, bin ich da raus. Das ist nicht meine Nummer. Nicht not my problem, nicht mein Problem, nicht meine Nummer. Sondern es ist auch nicht an mir, dem anderen zu sagen, du hast mir jetzt zu verzeihen. Weil das ist ja wohl voll egoistisch. Du tust dem anderen weh oder du tust etwas, was nicht in Ordnung ist. Und dann gibst du dem anderen auch noch den Befehl. Und jetzt verzeih mir. Das ist voll egoistisch. Das fällt mir jetzt erst richtig wieder auf. Also ich habe auch so eine Geschichte. Da hatte ich eine Klassenkameradin, die hat mich komplett falsch verstanden. Und die stand total ausgeflippt. Und ich habe dann gefühlte hundertmal Entschuldigung gesagt. Und dann irgendwann, glaube ich, nach ein paar Mal Entschuldigung habe ich dazu gesagt, boah, Alter, ist nicht mein Problem, dass du nicht damit klarkommst. Ich habe dich nicht gemeint und du hast nur bei mir zugehört, bei meinen Gedanken. Also sei du nicht mit mir beleidigt, nur weil du bei mir zuhörst. Eigentlich muss ich mit dir beleidigt sein, wenn du meine Gedanken durch die halbe Klasse gegrölt hast. Irgendwann war ich dann am Punkt, wo ich dann gedacht, sagt habe, nö. Das ist ja auch noch so eine Sache. Allerdings muss man das richtige Maß wissen. Also man muss eine Entschuldigung nicht beim ersten Mal annehmen. Aber wenn man sieht, dass der andere es wirklich ernst meint und etwas bessern will, dann ist es natürlich immer besser, die Entschuldigung anzunehmen. Weil es ist echt doof, wenn man jemandem, der den Willen zeigt, ich will mich verbessern. Und ich esse dir jetzt nicht mehr den Kuchen weg. Und jetzt kommen wir bei meinem Geburtstag vom 11. bis zum 14. Da war der Kuchen auch weggegessen. Das letzte Stück. Immer das letzte Stück. Also dieser Mann, der hat echt Timing. Er hat immer das letzte Stück gegessen. Und das Problem ist immer, wir haben immer diesen Kuchen blöd aufgeteilt. Und das fällt mir jetzt, wo ich es gerade erzähle, auf. Weil wir haben immer den Kuchen auf dem Tisch gehabt. Dann wurde der Kuchen gegessen. Am nächsten Tag, nach meinem Geburtstag, ist dann der Rest bei uns und der Familie aufgeteilt worden. Dann hat meine Mutter mir als erstes ein Stück gegeben. Dann ziehe ich ein Stück, dann meinem Vater ein Stück. Und wenn dann noch ein Stück übrig geblieben ist, war ich meistens schon zu voll gefressen, um das letzte Stück zu essen. Aber ich hätte es gerne vielleicht am nächsten Tag gegessen. Mal fragen, wäre nett gewesen. Na ja, andererseits. Damit habe ich mir ein Hausschweindel zugezogen. Früher, auch im Mittelalter, hat man sich Schweindels gezogen, damit sie die Essensrechte wegessen. Ich nenne diese zwei, ich nenne meine beiden liebevoll, Mami und Papi. Bis heute kriegen die immer meine Reste. Das ist so praktisch, da muss man nichts wegschmeißen. Na ja, das ist der Vorteil dran. Aber mein Vater hat sich gebessert und seitdem ist er jetzt tatsächlich, seit meinem 20. Geburtstag, ist er nicht mehr das letzte Stück Kuchen weg. Wir sind jetzt schon sieben Jahre am Stück. Ich bin total amused und begeistert. Und ich bin ein Glücksbärchen diesbezüglich. Allerdings muss ich auch zugeben, dass seit meinem 20. Geburtstag das letzte Kuchenstück meistens im Müll fällt. Ich merke gerade eine Kausalität dazwischen. Ich merke da was krass, aber ich drüber nachdenke. Jetzt ist die Frage. Will ich jetzt, dass mein Vater nächstes Jahr das letzte Stück Kuchen isst und somit das letzte Kuchen hat? Also, mein Gott, ich labere schon voll lange, aber ich habe mich auch voll, glaube ich, schon dazwischen verhaspelt ein paar Mal. Aber ja, ich erzähle euch das im nächsten Video. Meine Neurosen, also das ist eine Verschwörungstheorie von mir. Darüber erzähle ich euch dann im nächsten Video was. Ja, aber was ich sagen wollte ist, es gibt immer den richtigen Ort und die richtige Zeit, um eine Entschuldigung anzunehmen. Aber es ist auf jeden Fall total die egoistische Nummer von mir, wenn der andere gerade noch sauer ist oder im Bett liegt und schlafen will. Nicht wahr? Dann sollte man vielleicht nicht in dem Moment gerade Entschuldigung sagen, weil das ist dann eher kontraproduktiv als produktiv. Aber wenn man sieht, dass der andere auf jeden Fall etwas anders machen will und dass er was verstanden hat, dann ist es auf jeden Fall immer gut, eine Entschuldigung anzunehmen. Weil damit gibt man dem anderen einen positiven Start in seinen Versuch, etwas in seinem Leben zu verändern. Und wenn du dem anderen hilfst, etwas in seinem Leben zu verändern, hast du auch etwas in deinem Leben verändert. Nämlich, dass du dann sozusagen großmütiger bist. Und wenn es hilft, dann könnt ihr euch immer sagen, wenn ich die Entschuldigung annehme, stehe ich über dem anderen. Also, aber um die Geschichte abzuschließen beim Streit von meiner Mutter, ich sehe es noch nicht an meinem Leben. Ich bin heute nicht großmütig. Ich habe heute keine Lust auf Großmütigkeit. Ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich euch dazu erzählen wollte. Falls ihr euch wundert, warum ich so schnell rede, unser Internet. Aber das erzähle ich euch auch im nächsten Video, weil sonst wird das hier ein bisschen zu lang. Gut, schreibt mir in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.dringtoidoutfit.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tö number À. dutiesaubliumentaublad別. drei підstiegs. Vielen Dank.